Musik Herzlich Willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn es darum geht, eine Krebskrankheit zu behandeln, dann hat sie seit langem ein Dreiklang bewährt. Chemo, OP, Bestrahlung. Nicht immer in dieser Reihenfolge, nicht immer kommen alle dieser Therapien zum Zuge, aber grundsätzlich sind es bewährte Methoden. Inzwischen sind weitere moderne Therapieansätze dazugekommen und über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Axel Stang. Er ist Chefarzt der Onkologie und Palliativmedizin an der Asklepios Klinik Bambik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Prof. Stang. Ja, sehr gern. Wir sprechen über moderne Therapien, also über Dinge, die es vor fünf Jahren vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Was ist denn jetzt neu? Ja, es sind drei neue Substanzklassen, Wirkstoffe hinzugekommen. Die eine Gruppe sind die Antikörper, die zweite Gruppe sind die sogenannten gezielten Therapien und die dritte Gruppe ist die Immuntherapie. Und diese drei sind in den letzten fünf Jahren vor allem bei den großen Krebserkrankungen, Lungenkrebs, Darmkrebs zum Beispiel, dazugekommen und haben unsere Möglichkeiten verbessert. Das ist jetzt ja, hört sich an, nach einem ganz großen neuen Strauß, den man haben kann als Krebspatient, was es also vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat. Schon mal vorweg gefragt, kann die jeder haben? Nein, wir testen die Patienten vorher, ob sie sensibel für diese Therapien sind und ob der Tumor oder die Krebserkrankung auf diese Therapien ansprechen wird. Es kommt also nicht alles für alle in Frage. Wir sortieren sozusagen etwas mehr als früher, aber innerhalb dieser Gruppen, die Patienten, für die das in Frage kommt, die profitieren sehr stark von diesen neuen Therapien. Ja, das bringt uns ja schon so ein bisschen zu der Unterscheidung dieser verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Denn das, was Sie da testen, ist, glaube ich, die Zellstruktur der Krebszelle, oder? Ja. Also die Oberfläche zum Beispiel. Ja, zum Teil. Also die Antikörper, die greifen an der Zelloberfläche an, verhindern zum Beispiel dadurch, dass Wachstumssignale oder Wachstumshormone die Zellen antreiben können, zum Beispiel zur Zellteilung. Die gezielten Therapien, die greifen in der Zelle an. Also die sind kleine Moleküle, die in die Zelle reingelangen und dort Signalwege bremsen. Und die dritte Gruppe, die Immuntherapie, die setzt gar nicht an den Krebszellen an, sondern an den Immunzellen, die die Krebszellen umgeben. Und dort die Bremsen sozusagen lösen. Die Krebszellen sind in der Lage, sich dem Immunsystem sozusagen zu entziehen. Und diese neuen Medikamente lösen diese Bremsen. Das ist ein ganz komplett neues Wirkprinzip, das aber oft bei vielen, aber nicht bei allen gut funktioniert. Okay, also das würde ich jetzt gerne mit Ihnen nochmal ein bisschen genauer besprechen. Also das Thema Antikörpertherapie. Also man weiß ja eigentlich, der Mensch hat ja eigentlich Antikörper oder er bildet sie. Aber bei Ihnen geht es ja nochmal um was ganz anderes, oder? Ja, die Antikörper, die wir selber bilden, zum Beispiel gegen Covid, was gerade im Moment so sehr aktuell ist, Das sind immunologische Antikörper, die gegen Viren zum Beispiel gebildet werden durch das Immunsystem selbst. Was wir nutzen, sind therapeutische Antikörper, die also künstlich hergestellt werden gegen ganz bestimmte Zielstrukturen oder Angriffspunkte an der Zelloberfläche, die ganz besonders von Krebszellen ausgeprägt werden. Das ist das Antikörperprinzip. Das kann man auch anwenden auf andere Zellen, zum Beispiel Gefäßzellen, Krebsarten oder der Krebs hat die Eigenschaft, selbst ein Gefäßsystem zu bilden. Und durch diese Antikörper können wir diese neuen Gefäßzellen, nenne ich sie jetzt mal, blockieren und ihn damit zum Schrumpfen bringen. Wie kommen denn die Antikörper, also diese künstlichen Antikörper, wie kommen die denn in den Körper? Die werden überwiegend intravenös in die Blutbahn gegeben und zirkulieren dann dort und finden auch dadurch die Krebszellen, weil die ja diese besonderen Eigenschaften ausbilden. Und auf diese besonderen Eigenschaften testen wir auch vorher die Patienten. Ob sozusagen das Ziel, was die finden müssen, auch tatsächlich in ihren Krebszellen vorhanden ist. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das ist ja vor allem bei Krebs, weiß man darüber ja auch viel. Also es ist ja ein ziemlich populäres Thema. Bei Antikörpern gibt es da so ganz klassische Nebenwirkungen, die der Patient bekommt? Ja, die ganzen neuen Medikamenten, alle drei Substanzklassen, die ich eben genannt habe, die haben alle andere Nebenwirkungen als die klassische Chemotherapie. Sie sind teilweise wesentlich zeitverzögerter. Also sie treten nicht sofort, sondern häufig erst nach einiger Zeit auf. Und sie sind auch von ihrer Art anders. Man muss sie sehr genau kennen. Sie hängen sehr von der speziellen Substanz ab oder dem speziellen Wirkstoff, den wir geben. Und man kann nicht so ganz allgemein sagen, das oder jenes ist die Nebenwirkung. Bei der Chemotherapie ist das einheitlicher. Die muss man sehr genau kennen. Und man muss vor allem wissen, zu welchem Zeitpunkt sie auftreten. Okay, das heißt also je nach Medikament unterschiedlich. Und das, was dann als Patient zukommt, sagt mir dann eben der Onkologe in diesem Fall. Lassen wir uns über das Nächste sprechen. Zielgerichtete Therapie, anderer Begriff, personalisierte Therapie. Da fragt man sich, was heißt denn jetzt zielgerichtet? War es da früher nicht zielgerichtet? Ja, das war tatsächlich etwas grober. Das Zielgerichtete kommt daher, dass wir das Ziel vorher bestimmen und testen, ob es vorhanden ist. Und wenn wir es nachweisen können, diesen Angriffspunkt, dann können auch gezielt diese Medikamente wirken. Und das ist ein erster Schritt hin zur personalisierten Therapie, weil im Grunde genommen das ein Zwischenschritt ist. Wir gucken ja beim einzelnen Patienten, ist das Ziel vorhanden, ja oder nein. Und in Zukunft werden wir nach vielen Zielen gucken im Tumor und nach diesen Angriffspunkten sozusagen eine individualisierte, eine personalisierte Therapie zusammenstellen können. Das ist aber noch Zukunftsmusik, das erst in den Anfängen. Im Moment gucken wir bei Patientengruppen, ob die Ziele da sind. Was meinen Sie jetzt mit Zielen? Ziele sind die Angriffspunkte für die Medikamente in der Zelle, zum Beispiel Signalwege, ob dort Mutationen sind, die zu veränderten Signalwegen führen und damit auch zu einem veränderten Verhalten der Zellen, das wir gezielt blockieren können. Also Moment, also wenn ich so einen Wirkstoff bekomme, der in die Abteilung zielgerichtete Therapie gehört, was versucht der dann mit der Krebszelle anzustellen? Der versucht in der Krebszelle Wege zu blockieren, die zum Beispiel dazu führen, dass die Krebszelle sich vermehrt teilt. Wenn wir das blockieren, das Signal, teile dich sozusagen, wenn wir das blockieren, dann bremsen wir ja damit auch das Wachstum und am Ende töten wir sogar die Krebszelle ab. Das muss aber vorhanden sein in der Krebszelle, um sie sozusagen gezielt diese Wirkung auch auszuschöpfen. Und das testen wir vorher bei den Patienten, ob das eine Möglichkeit ist oder nicht. Ach so, das heißt also gegenüber den früheren Krebstherapien oder bisherigen Krebstherapien muss man nicht so viel probieren? Also es gibt ja so einen Onkologenspruch, jeder Patient ist sein eigenes Versuchskaninchen und dass man versucht, diese Rolle des Versuchskaninchens so ein bisschen kleiner zu machen für den Patienten. Also Versuchskaninchen sind natürlich Patienten nicht. Aber es stimmt, dass wir früher mehr oder weniger alle ähnlich behandelt haben und wir jetzt unterschiedlicher behandeln, je nachdem, ob die Zielstrukturen in den Krebszellen vorhanden sind oder nicht. Also es differenziert sich immer mehr aus und das ist ein Weg, der in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter fortschreiten wird und da im Ergebnis immer mehr zu einer personalisierten Therapie führen wird. Wir sind im Moment am Anfang, aber es hat sich ganz klar dadurch, dass wir diese neuen Möglichkeiten haben, in den letzten fünf Jahren auch spürbar, auch in meiner Alltagspraxis spürbar, für die Patienten mit Krebs das Überleben und auch die Lebensqualität durch diese neuen Medikamente verbessert. Vor allem bei Darmkrebs und Lungenkrebs, glaube ich, oder? Ja, bei den großen und häufigen Krebserkrankungen sind diese Durchbrüche besonders stark und das waren vor vielleicht zehn Jahren noch Erkrankungen, die schwierig für uns zu behandeln waren und wo wir jetzt durchaus auch Langzeitüberleben erreichen können, selbst wenn sie metastasiert sind, die Erkrankung also schon gestreut haben. Und das ist ein sehr, sehr deutlicher Fortschritt, der vor allem in den letzten fünf Jahren zum Tragen gekommen ist. Ja, uns fehlt noch die Immuntherapie. Bei Immuntherapie denkt man an so eine ordentliche Apfelsine. Ist es das, Vitamin C? Nein, das ist es nicht. Also das Vitamin C, um es auch klar zu sagen, ist ja nach wie vor umstritten. Man hat auch früher immer gedacht, man müsste das Immunsystem stärken und das sei sozusagen der Schlüssel der Therapie. Es hat sich genau das Umgekehrte als richtig herausgestellt. Wir müssen die Bremsen lösen, die die Krebszellen auf das Immunsystem ausüben. Die Krebszellen haben die Eigenschaft und das Vermögen, sich dem Immunsystem entziehen zu können. Und wir können noch so sehr stärken, solange sie sich sozusagen tarnen können, haben wir auch gar keinen Angriffspunkt für das Immunsystem. Und die neuen Therapien lösen sozusagen diese Bremsen, die demaskieren die Krebszellen. Und dadurch kommt das Immunsystem zum Tragen und hat die Möglichkeit tatsächlich effektiv, die Krebszellen zu attackieren. Also nicht die Stärkung per se ist der Schlüssel sozusagen zur Therapie, sondern das Lösen der Bremsen, die die Krebszellen selbst auslösen. Und ein wichtiger Punkt ist mir noch, wir setzen dabei nicht an den Krebszellen an, sondern an den Immunzellen, die die Krebszellen umgeben, die blockiert sind, sozusagen schlafen und wir erwecken sie sozusagen wieder zur Attacke, zum Angriff gegen die Krebszellen durch diese Therapien. Funktioniert aber auch nicht bei jedem. Ja, okay. So, und auch das testen wir vorher mit, das ist sicherlich noch verbesserungsfähig, herauszufiltern, wer, bei wem funktioniert diese neue immunologische Therapie. Es sind, um eine grobe Zahl mal zu sagen, etwa 30 Prozent der Patienten. Also die Mehrheit wissen wir noch nicht. Das ist im Moment ein ganz wichtiges Forschungsgebiet. Was müssen wir noch besser machen bei diesen Therapien, um auch die anderen 70 Prozent sozusagen mit diesen neuen Therapien zu erreichen? Weil die Effekte sind extrem gut. Das ist also ganz komplett neu, auch für mich, dass Patienten mit einem metastasierten Krebs ganz lange sozusagen überleben können. Das ist komplett neu. Das war vor zehn Jahren noch nicht so bei vielen Krebsraten. Ja, genau. Mir fällt so eine Statistik ein, gerade bei Darmkrebs, wenn der metastasiert, dann hat man so eine, Sie rechnen ja in fünf Jahren immer gerne, von 20 Prozent gehabt, eine Fünf-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit. Und die wird dann wahrscheinlich, also 80 Prozent schaffen es nicht, und 20 ja. Und das wird dann sich wahrscheinlich deutlich erhöhen, diese... Ja, ich bin aber kein Freund dieser Statistiken, weil wir ja immer mehr individualisiert vorgehen. Und wir versuchen ja gerade dadurch, für den Einzelnen die Chance deutlich höher zu machen. Und natürlich, das ist jetzt nicht unser Thema heute, kommen auch neue Therapien dadurch, dass wir die Chirurgie ein bisschen mehr einbeziehen, auch in die metastasierten Stadien. Das sind auch neue Ansätze, die auch zu Verbesserungen, zu deutlichen Verbesserungen führen. Aber in diesem Gesamtkonzert hat sich in den letzten fünf Jahren sehr viel getan, wobei die tragenden Säulen tatsächlich vor allem in der medikamentösen Tumortherapie sind, die wir jetzt besprochen haben. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt mein Arzt mir sagt, er wendet eine klassische Chemotherapie bei mir an, mit allen bekannten Nebenwirkungen, muss ich dann sagen, nein, du bist vom alten Stab, ich will das nicht? Nein, nein. Also nach wie vor ist das Rückgrat der Therapie die Chemotherapie. Die Mehrzahl der Patienten, 80 Prozent, werden sie auch weiterhin bekommen. Teilweise ist es ja auch kombiniert, sind diese Therapien kombiniert. Aber der Weg, dass wir chemotherapiefreie Protokolle bekommen, der beginnt so langsam. Es gibt zum Beispiel einen bestimmten Darmkrebs, wenn dort eine bestimmte Mutation nachgewiesen worden ist. Die behandeln wir heute in der ersten Linie nicht mehr mit Chemotherapie, sondern mit einer gezielten Therapie. Das sind aber nur sehr wenige, das sind so vielleicht drei, vier Prozent dieser Patienten. Aber das ist ein erster Schritt auf diesem Weg. Die Mehrzahl erhält nach wie vor zu Recht auch Chemotherapie, die ja weiterhin auch sehr wirksam sind für viele Krebsarten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!